Die Creative Pictures, ey, ohne Scheiß, hast du die für einen Blog gemacht? Ey, das ist der Wahnsinn, ohne Scheiß. Ey, da habe ich echt, ohne Scheiß, da habe ich echt Schiss vor dem Making-of neulich in der City. Für diese eine Folge machen wir noch Aufsager. Wir zwei, so als Rapper. Ah, das ist eine gute Idee. Weißt du was, vor so einer bemalten Rap-Wand. Ja, eine Rap-Wand. Wir sind Creative Pictures und machen den fetten Videoblog für Blumentopf. Und noch viel fetter als das Musikvideo ist das Making-of vom Musikvideo. Ein emotionaler und authentischer Blick hinter die Kulissen. Ganz nah dran. Check it out. Die deutschen Rap-Giganten Blumentopf haben gerufen und es kam ein fettes Team. Da geht's hoch her. Kopf über. Oh Mann, das macht Laune. Volle Action. Volles Team. Alle unter Hochspannung. Ja, das ist Blumentopf live, wie sie leben. High-End-Effekte. Action. Sex. Und gute Laune. Ja, das ist ein Videodreh nach meiner Fasson. In einer ausgeklügelten Choreo an exotischen Drehorten. Und immer wieder gute Laune und Action. Alles, was ein Musikvideo braucht. Ein Videomeilenstein von dem Power-Album. Nieder mit der GbR. Hip-Hop. War authentisch. Kasper. Gut. Ja. War aber heiß. Boere Musik. Enggal. Irruss. Hirr. Hirr. красBerat. Husband. Im as Gebt. Wir sind ein. Verräts. Jägen. Wissenschaft ist so merkwürdig. Vielen Dank.